Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 3 mit dem lieben Ego. Hallo Ego! Hallo Blackie! Was ist das eigentlich mit der roten Pflanze da? Das ist ein scheiß Level, ich erinnere mich. Also ich weiß, dass ihr diesen Anfang sehr oft gesehen habt. Dementsprechend muss das Level Kacke sein. Ja natürlich, weil du schlecht spielst. Muss das Level Kacke sein. Oh! Was? Ich hab den Anfang schon wieder gesehen. Ach ja, jetzt weiß ich, warum man den Anfang sieht. Weil wenn man irgendwas verkackt, dann kann man hier immer wieder... Ja, pippt man gar nicht. Ja genau, scheiße! Ah fuck! Man muss jetzt ein bisschen umdenken. Ich hasse Musikblöcke! Ich steh doch auf dem rechten! Fick dich! Boah, wie sehr hast du das jetzt gerade? Schöne Sache! Okay, dann eben ohne Plattform, ist sowieso einfacher. Das war Absicht Ach so Ach der geht nur hoch Da muss man halt links und rechts laufen Und nicht fallen Alter ist das ein Arschlevel Ja das ist schwer Kann man die Blumen bekämpfen, da ist er das Ja ja die kannst du einmal mit der Blumen Achso die links, die kann man bekämpfen Aber ich würde dir das jetzt erstmal nicht raten Ja dann haben wir den Weg mal komplett frei Aber ansonsten wenn wir Game Over sind Den brauchst du doch jetzt gar nicht den Weg Den brauchst du doch jetzt gar nicht den Weg Wenn du Game Over bist, dann kannst du es auch noch killen Ja jetzt hab ich Tanukianzug, der ist halt super strong Ja aber der bringt dir bei den Pflanzen gar nichts Ja doch ich kann den machen Und dann bin ich einfach GG Kannst du die Dauer der Unverwundbarkeit selber bestimmen Nee Dann ist das für den Arsch Wow das ist toll gemacht, spring einfach drüber Bei meinem Glück sowieso Beim Skill Du kannst gleich hier nach links weiter Du brauchst gar nicht die Plattform benutzen Möchte ich aber vielleicht Ja deswegen fällst du jetzt auch die ganze Zeit Ich seh das schon Du bist halt nicht so gut wie ich Der hier am Anfang easy peasy first right runtergekommen ist Ähm Mach mal bitte schnell Start So Leute wir machen kurz einen Cut Eine Sekunde So da sind wir wieder Oh ja Das war geplant von dir du Sack Alter bei mir hat das grad voll geleckt Da hat das ausgesehen als wärst du schon runtergefallen Ich hätt's grad zwischendrin in einem der anderen Level Uh der war es halt so dass du Irgendwie in der Röhre gelaufen bist in der du gar nicht drin warst Boah fick mir das ist halt so ein Scheiß Ah da muss man hin Alter dieses Level ist übelst Der Abfall Gibt's hier keinen Mittelpunkt Du kannst nach rechts auch rüber rennen gell Das wusstest du Oh nein Fuck my life Fuck your life Du kannst auch noch Achja du musst den da unten nehmen ne Ja Ah natürlich sind da oben stacheln Damit wir schön sterben wenn wir springen Pisser Bowser fickt dich Ah da hab ich Bock Aber ich mach das hier ganz zu räumlich Ja du spielst halt ultra vorsichtig Nix hoch ne Ja ich hab's grad gesehen Schau mal ob da ein Pilz drin ist Ich glaub da ist ein Pilz drin In dem Block da Stupst ihn von rechts an Ja richtig Ich dachte ich Hat so ausgesehen irgendwie Das soll einen triggern Hm Hab ja getriggert Ja der mich hat er getriggert Und ich hab dann dich getriggert Triggert 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 Ich glaub du musst da rein Und dann hast du das Level geschafft Oh mein bin ich geil Wenn ich jetzt sterbe, rast dich aus Und der Stern Nummer 2 It läuft It läuft Ich sag ja der Tanuki hat mir einfach Nen Deck aufgegeben Ja das stimmt Auch wenn ich ihn jetzt komplett verloren hab Aber ey Bis jetzt Darum geht's jetzt auch gar nicht Ich hab das Level gemeistert Nice gemeistert So Der nicer meistert Schaffen wir dieses Mal den Stern Nein Ich mein ich glaub an dich Ich bin super das Schuss Ich hab zumindest das Gefühl gehabt Das hat ein bisschen geleckt Deswegen hab ich die Mitte verkannt Sorry So So Ich weiß nicht ob die nämlich In der nächsten Runde noch bestehen geblieben werden Die Dinger Oder ob die noch eine Runde halten Was ist ein neues Komplett neu Fick dich Spiel Fick dich Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Eins Zwei Drei Wer weiß was ich aber auch glaube Ich glaube dass ich daran In welcher Zeit man das Level beendet Okay Haben wir Pilz Und zwanzig Blume und Blume 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 Oh gut Moment die kann ich wegstreichen Die hab ich ja gerade aufgedeckt Ich Dab Bist du bedeppelt alter Zehn Münzen Und Zwei Stern Gut Okay Nächstes mal kannst du vielleicht komplett abräumen Ja Weil ich hab jetzt wirklich Eins Zwei Drei Vier Sachen aufgedeckt Das ist die Oberzerei halt komplett jetzt schon mal weg Ja Okay Schauen wir uns das mal an Wie lang ist das Level eh nicht mehr Ne Zum Glück Und wenn ich im Weltacht Oh yeah Weltacht Etwin Boneser geschmeidig in den allerbettesten Und dann sagen wir einfach nur Ja geh geh Das ist Asi man Und es bleibt Asi Oder kommt rechts auch einer Ne 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 Kommt keiner raus Ja so für so ein Ding Wäre ich ein bisschen dankbar Für so ein Schwammerl Einfach Einfach rennen Heißt du Ein bisschen Powerups Oder so Bisschen was man Alter ist das ne Asi stelle Was willst du von mir Aber dafür gut gemeistert Ich bin ja auch der Blackie Ich bin ja auch der Blackie Ganz saubere Alter Da kommen wir vielleicht rein Nee Ach die bleibt draußen Oder Ja Alter da kommt der bruder kleine ich dachte ich komme darüber ich du kannst aber oben auf den rand des blocke springen geht das auch weiß aber ich dachte ich mache so dann heute verpist sich die andere naja schade ärgerlich das war ein bisschen ärgerlich bin ich schon weit gekommen dafür dass das level ein bisschen assist könnte auch theoretisch welt sieben lösen aber dann kommen wir nicht zu dem pilzhaus wir sind wir sind kleine bastards und ego will das level schaffen eigentlich lass ich es ego weil er hat ja den stern und fünf leben hätte fast geklappt nee du kannst da ich mir anspringen ja ich weiß aber das ist schwer ja ich bin viel zu viel gesprungen auf jeden fall wir nehmen hier am besten pflügel das ist glaubt glaub ich am sinnvollsten meinst du das ernst nein ich dachte ganz oben in einer röhren reine also wir mal anlaufen los mit johau bis halter schwach das ist das falsche timing das ist das richtige timing stehst du jetzt kommt rechts auch einer raus wollte gerade sagen was ist nur der scheiß hier tschüss hallo ohne scheiß echt ein bisschen schneller war nur das gewesen ich hasse das ich kann das nicht richtig spiel jetzt kommt dann im richtigen komm hier mal rüber du penner wow easy nein das level ist anspruchsvoll verpiss dich ah jetzt ist der sack natürlich der freundin ja natürlich könntest du vielleicht noch ein bisschen ungünstiger alter wow echt wow das war perfekt ungünstig ich hätte einfach drüber springen sollen aber da hat den genährt ich nehme mal einen stern ganz selten ganz egal der stern am anfang überhaupt was so nicht ja ich wollte gerade sagen das ist du wenn du am anfang den stern hast du bist du so unkonzentriert finde ich immer das ist ne ja das ist halt echt so du möchtest in einer langen Nummer aussitzen aber scheiße nimm die blume dann machst du einfach 90 prozent von dem wichsen weg und dann ist gut du musst ja einfach nur den sprung halt trotzdem schaffen nicht ich gehe da nicht mehr groß rein kannst du vergessen der sprung ist schwer wenn du groß bist Werde ist möglich, aber ne Ganz ehrlich, ich versuche Welt 7 So wie ich die Gäste mir das Pilz aus Wenn die leicht ist, mach ich die Das sieht schon mal gut aus Die Musik hört sich schon mal scheiße an Das klingt schon wieder nach Ich mag das Lied, aber das klingt so nach Luftlevel Ich wollte gerade sagen, das klingt so nach vielen Plattformen und viel Geschieße Das ist ein Muncher Run Er hätte es dir mitnehmen sollen Aber das ist lustig, das mache ich jetzt auch Du kannst einen auf jeden Fall locker überspringen Ja ne, bist du bescheuert Das machen wir ganz normal Hallo, ich bin der Opa hier Ich gehe mit Kluckschock hin Aber das ist so ein Muncher Run, ne Total verhasst in der Modder Szene Da sagen immer alle, oh Muncher Run voll der Voll Scheiße und so, dabei hat Das Spiel selber die Muncher Runs erfunden Läuft Ich habe keine Ahnung was ein Muncher ist, aber ja Das sind die Viecher hier Die Blumen Ich habe die Scheiße Er ist hier zum Stiefel, ne Dann wäre es einfach schon gegeben So schlecht wie ich spiele Brauche ich jeden Block Ja Wann? Blumen Ja Scheiße Wann? Wann? Scheiße ja was will ich mir machen hier bringt ja nichts ne was joshy alter joshy euch der beide level sind kacke und scheiße wenn du jetzt übrigens stirbst dann hole ich mir deine beiden sterne ja macht das aber es ist mal was anderes aber trotzdem ist irgendwie assi warte jetzt den block anstoßen ein bisschen warten auf den auf den stern jetzt ja das war ziemlich gut du hast viel mehr zeit als ich bedeschön dankeschön hat das scheiß erst mein game over wieder gesaved jeweils ja schon, aber nice, nice boah erst mal hier ein defzähliger Zinnemann schöne sache so meine freunde das war es jetzt aber dennoch von diesem part ich hoffe es hat euch heute gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten mal wenn wir diese welt vielleicht sogar beenden ne tschau ja bis dann und tschau tschau euer Blacky tschau